Doch bin mein Weg gegangen, rock your steak, heute elegant, kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant, real G, deine Meinung nicht in der Wand. Lauf durch die Bank mit den Breaks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon, Brian ist kostenlos. Ich spiel mit deinen E-Motion, lass fliegen, Baby, steig da. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr seht, die Sonne scheint, ja ist das geil. Nein, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Den ersten Teil, den gibt es bei Sydney. Ich nehme, übernehme Tag 2. Ich bin in Marbea, ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wer alles hier ist, werde ich euch jetzt zeigen. So, ja, Danny, Marlon, Juni. Ja, genau. Sydney ist oben, schlafen. Ja, das Wetter spielt heute mit, ist sehr krass. Es sind heute ungefähr, ja, 20 Grad Regen. Ich hoffe, ihr seht das Ganze. Es ist sehr, sehr undankbar. Ich glaube, wenn ihr das Video sieht, ist bei euch besseres Wetter als hier. Aber einfach das Beste draus machen. Ich übernehme meinen Job. Wo ist er? Wo ist er? Er ist hier. Guten Morgen, mein Engel. Wie geht's dir, mein Engel? Schwer. Ja? Noch ein bisschen schlafen lassen? Ja? Mach mal. Brauchst was zum Trinken? So, schicke, schlaf schön, Sydney. Ja, ihr habt's gesehen, der Sydney, der ist noch ein bisschen müde. Aber kein Problem, der Tag ist lang. Wir haben Zeit. Es wird auch eine Haustour gehen, aber erst bei gutem Wetter. Und es wird, äh, ja, ja, cool. Wenn sich Leute fragen, was man mittags immer Bär macht. Oh, Jo, Lama! Und jetzt hat sie aber gesagt, wir haben ein paar Schuhe auf Freitag. Um was geht's denn? Um was geht's? Nichts. Das macht man nicht. Ich glaube, guck mal, ich sag dir, warum ich nicht glaube. In Marbea ist Verbot. Ja, das stimmt. Und wenn du ein Boot hast, was dreistöckig ist, das ist zwar schön und gut, und wir verstehen, dass du Geld hast, aber an diese Regelung von zwölf Leuten kommst du nicht vorbei. Ja, das hab ich auch. Das hab ich schon gesagt. Ja, das ist gut. Ja, ja. Dein Bro Willi. Das ist der Problem, dass ich von Braun auf einer Yacht eingeladen bin. Ja, das ist der Haken. Ja, aber das kannst du nicht glauben. Dass sowas passieren soll, ist schön, dass es mir passiert. Ja, ich war noch nicht mal auf ein Getränk eingeladen. Doch, wir wurden zum ersten Mal getränkt. Wir sind zum ersten Mal auf einem Tisch oder so. Dann lad mich mal ein. Ey, wir sind zum ersten Mal auf einem Tisch. Komm, willst du vorbeikommen? Ja, ich komme da. Mädels. Ich war doch Escort gleich. Ja, ich komme. Guck mich dann mal einfach nach Dubai. Ruf doch mal an. Keiner ruft. Wenn es gleich warm ist, es kommt raus. Ey, wir kommen in Dubai. Wir kommen hin. Okay, Devin, jetzt einmal bitte Tinder-Profil für, äh, Tinder-Dubai-Profil für Sydney einblenden. Trrrt. Und für Marlon. Ja, falls ich jemand mal... Recht. Bestelli, bestelli. Mein Bro Marlon und Sydney bestellen nach Dubai. Wir schauen noch mal, Hugo. Ich habe gerade eine Haustour abgedreht. Die müsstet ihr quasi jetzt schon auf meinem YouTube-Kanal sehen. Äh, wer sehen möchte, wie wir leben oder wie es bei uns gerade ausschaut, checkt das gerne ab. Äh, vielen, vielen Dank für den Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Muss man immer gesagt haben. Und Kuss und Liebe. Viel Spaß. Weiter beim Vlog. Sag was zu dem Essen. Ich hasse sie. Zwei Stunden habe ich gewartet. Ja, ich meine, Marlon ist leerer als... Cap Laszlo. Ja, was ist denn? Ja, ich sag special. Ja, Cap Laszlo, Liga. Und jetzt wieder auf Play bringen, bitte. Danke. Also, wir haben gerade Fußball-Quest bei Marlon aufgenommen. Yeah. Das werdet ihr auf Marlon, seinem Kanal, sehen. Einmal mal unseren Kanal einblenden. Super, yes. Ich gehe jetzt laufen. Ich gehe joggen. Jetzt sieht man meine Froschschüße, ne? So, ich gehe laufen. Und das sind die Schuhe, die mich ins Glück bringen. Also, das ist keine bezahlte Werbung. Aber falls das Nike irgendwann mal sieht. Jungs, geht mir nicht auf den Sack. Schickt mir diese Schuhe nochmal gerne zu. Also, Real Talk, das sind die besten Laufschuhe, die ich jemals hatte. Damit lässt sich's alleine laufen. Das ist geisteskrank. So, Freunde, ich gehe jetzt laufen. You vs. You. You vs. You. Aber, maybe läuft ja auch nochmal der. Auf jeden Fall kann ich euch die Zeit, wenn ihr wollt, dann hier einblenden. Es werden so zwischen 30, 40 Minuten sein. Währenddessen höre ich einen Podcast. Wir sehen uns sicher mal auf der Strecke. Haltet die Hohren steil. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber, guckt mal, wie steil es hier runter geht. Ist das geisteskrank. Ist das krank. Alter. Alter. Und das alles wieder hoch. Viel Spaß nochmal. Okay. Ihr habt's gesehen. Light work. Ey, keep going. Nein, Spaß. Bei einem Urlaub muss auch was gemacht werden. Ich muss sagen, war er ordentlich? Light work. Work, work, work. Bei einem Urlaub, das ist alles schön und gut. Aber Urlaub heißt nicht ausruhen, sondern Urlaub heißt entspannen. Und entspannen kann man auch bei einem entspannten Lauf. Habe ich recht? Ja, hast du, Willi. So. Salamu alaikum. Hast du mich hochlaufen sehen? Das war hart. Mit den Jungs. Gib mir keinen Druck von der Seite. Ähm, wir machen heute ein Fußball-Quiz. Versus Fußball-Lexikon, weil heute ist nicht so gutes Wetter. Wir bleiben nur zu Hause erst mal. So. Wir haben gerade ein Fußball-Quiz gedreht. Seht ihr, bei Marlon, wie gesagt. Mach dich nicht besser. Mach dich nicht besser. Hey, ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Es waren, glaube ich, die schlimmsten 20 Minuten neben den Typen, die es gibt. Ich hab den Tisch für 1,5 geklärt. Boah, du hast dich auf wie billig rausgeholt. Ja, 1,5 voll wenig, ne? Von 4 auf 1,5. Wie viel? 1,5. Ja, das macht man zwar nicht wieder, ne? Ja, aber, ja, was kannst du das wieder? Also der Plan ist, wir gehen jetzt was essen, oder? Ich glaube, ja. Wir gehen, warte mal, ich hab einen Popel in der Nase. Wenn du krassst, dann isst du ja jetzt auch krank. Du hast noch 3 geschnitten. Bühne 1. Wir gehen jetzt was essen. Ich nimm euch mit. Die Jungs machen sich auch alle fresh. Also wird es auch ein Wifi-Stand-Outfit geben. Yes! Ayo, Chico! Hey, Chico. Bam, bam, boom, meine Straße lädt. Geht an einem Weg. Hey, 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 hey. We haben hier Type Nummer 1. Hey, mein Bro, lass mich erst mal ein paar Aufnahmen machen. Hey, okay, was geht ab? Oh, okay, ich seh, du hast ein cooles Outfit, Digger. Was hast du da so ein bisschen für eine Brille? Okay, 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 ich seh, du hast auch da so ein bisschen Wasser am Hals. Easy, sehr cool. T-Shirt? Ah, okay. Handtuch, selber gemacht. Geil. Dann Chili Cargo dazu. Cool, 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 cool. Dann dazu... Sneakers von Dior, Degas. Geil, Degas. Insgesamt würde ich dir so eine 10 von 10 geben. 10? Ja, Degas, ey. Faust. So, yes, nice. We got another one. Another one. Chili! Aha, aha. Ich sehe, ich sehe. Mhm, lockere Einser. Ja, dazu eine coole Jeans. I got you, I got you. Dann diese lockere Hemd. Ein kleines Partite. I got you, I got you. That's my boy. Burner Boy. Wow. Wow, 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 wow. Das ist die. Das ist die Burner Boy. Hey, ich sehe deine Brille. Ja, ich sehe deine Brille. Ich sehe deine Brille. Ich sehe auch dein Brille. Das ist cool. Du hast von City nachgekauft. Aber jetzt konnte ich mir diese Tätten nicht leichter. Ja, alles gut, mein Bruder. Das sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Danke, danke, danke. Ey, gefällt mir. Sehr geiler Fit. Ich sehe auch ein bisschen, du hast auch ein bisschen Eis am Hals. Ein bisschen Wasser. Eine schöne Uhr. Ich habe das alles gesehen. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Ja, hey, hey. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Ich habe ja noch eine Brille von Jordan. Von Jordan. Ja, nein, nein, nein. Das ist von dir. Ja, das ist von mir, mein Mann. Smaller Malo? Oh, ich habe seit drei Jahren noch mal. Ja, Smaller. Schade, Mann. So sehe ich, sehe ich, sehe ich. I got you. Die sind lazy. Natürlich. Ich bin der Anführer von Performance. Ja, ja. Mein Bruch. Ey, Jungs. Es ist 22 Uhr. Wir müssen los. Okay. Wir mussten vor einer Minute über das Restaurant, ja. Ja. Waren wir. Hey, hey, hey. Hey, hey. Mischmool. 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 Ich freue mich, warum Malu mit uns steht. Du machst immer schwarze Musik an. Ja, Malu, du bist mit uns wegen der Musik. Du bist bei Schleuten, der ganze Wunder. Wir sind jetzt quasi in der Stadt. Sit, quasi in der Stadt. Ja, wir wohnen erst da. Ich konnte wieder nicht wahren. Ey, Sit, wir sind jetzt quasi in der Stadt. Ja, ja. Also hier ist der Hafen. Ja. Hier ist der Main-Spot, wo halt die Leute hingehen, wo die Clubs sind und sowas. Ja, 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 ja. Wir gehen jetzt erstmal was essen? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gutes Abend-Restaurant. Aber da gehen wir nicht hin, um zu essen, sondern um zu gucken. Ja, ja, Langan ist ja wie ein Museum. Sehr gut, Langan. Thank you. Der kommt einfach zu uns und sagt, er spielt mit Ermin in der Mannschaft. Ich hab die Nummer von Ermin. Ich zeig halt. Wir gehen jetzt ins Mirage. Mal gucken, was da abgeht auf dem Mittwoch. Schlachter! 1, 1, 2, 2... So high school, musical American...